Ich fange jetzt an zu regnen, die Offenbarung läuft schon. Herzlich willkommen zum Wochengruß 2239 mit Ralf Stumpf und The Superman. Mit Stargast Stefan Landsiedel. Du warst heute die große Überraschung dieses Masterwochenendes und wir waren alle völlig hin und weg, vor allem Anna, die immer noch am Nachglühen ist, dass plötzlich ein fremder Mann vor der Türe steht und hier alles zum Ausrasten gebracht hat. Die Groupies standen auf den Tischen, jubelten und tanzten. Weißt du, ich magst du ganz kurz sagen, was dich hierher geführt hat in unser Wochenende? Ja, ganz klar. Ich war gestern in Erfurt und dann hat jemand gesagt, Berlin ist es nicht mehr weit und deswegen bin ich jetzt hier. Aber ich muss sagen, es war ein phänomenaler Empfang und ich nehme das mal symptomatisch, dass ich häufiger nach Berlin kommen sollte. Ganz, ganz lieben Dank. An dich, Anna, und aber auch an das ganze Team. Also das war echt so herzlich, so schön. Ja, das war großartig. Ja, Anna, wie ist das zum ersten Mal im Leben, Stefan Landsiedel live zu sehen? Kann man das in Worte fassen? Ja, die Energie ist halt so spannend. Da braucht man die Heizung gar nicht aufdrehen. Ja, ohne Worte. Der große Stefan steht dann vor der Tür. Vor allen Dingen durch diese Buchstaben dann doch erkannt. Du hast quasi durch NLP hindurch, also für die Zuschauer, wir haben Anna Thürich hier das Firmenlogo und den Namen Ralf Schumseminar und NLP eingeritzt. Und dann quasi da durch, du guckst quasi da durch und siehst Stefan. Vor allen Dingen, ihr wusstet ja überhaupt nicht, wer das ist. Ich habe es auch nicht gesagt. Stimmt? Richtig, genau. Genau. Und das zu deinem zehnten Wochenende des Masters. Ja, das ist ein Zeichen. Würdest du sagen, das war in deiner gesamten NLP-Ausbildung der Höhepunkt? Nicht nur. Eines der Höhepunkte sozusagen. Also einer der Höhepunkte, eines einer, oh Gott, ich bin durcheinander. Der erste Höhepunkt war der sogenannte Quellzustand, den man ja lernt in der Master-Ausbildung. Und da geht man durch verschiedene Gefühle durch. Und da hatte ich eine Ressource in mir aktiviert, die ich quasi heute auf Knopfdruck auslösen konnte. Und das zusammen mit Stefan natürlich war so der Höhepunkt, so das zehnte Wochenende. Das war so eine Art Collapsing Anchors jetzt, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, dieser Quellzustand, zehntes Wochenende und Stefan, ergibt zusammen eine Ressource, die dich jetzt durchs Leben trägt. Ja, Richtung Trainer sozusagen. Trainertraining beginnt im November. Wir haben noch wenige freie Plätze. Wie war es für dich, Matthias? Also ich sag mal, wir hatten heute, wir hatten ein sehr, sehr spannendes Wochenende gehabt. Und unter anderem hatten wir auch diesen, oder Ralf hatte erklärt, wie es ist, dass es auch Blitzinterventionen geben kann. Und das praktische Beispiel hat Anna geliefert, natürlich in Kombination mit Stefan. Also ich habe es schon, also wirklich seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr so gesehen, dass ein Mensch binnen von 250 Millisekunden gefühlt von, ich sag mal, einem Normalzustand in einen gefühlten Core-State gekommen ist. Also das war faszinierend zu sehen. Also ich finde, man muss unbedingt hier in Präsenz herkommen, um sowas zu sehen. Man kann so auch die Bio-Aufnahme machen. Wobei, wenn du schon, Super Matthias, das... Mach, mach, mach. Wir haben eine Zeit. Also ich muss sagen, als ich hier reinkam, ihr habt einen geilen Scheiß heute gemacht, das muss man echt mal sagen. Ja, also Supercharger, also energiemäßig, hier hast du ja volle Kanne heute hier Gas gegeben, Ralf, den nochmal so richtig die Formate, sie reingeheizt. Dicht am Handlungstypen, stimmt's? Dicht, also ja. Da kommt man schon so in die richtige Richtung, ne? Und dann wieder noch, ja und, naja, ich meine, man könnte ja auch so tun, als ob man Handlungstyp wäre, in die Zukunft gehen, sich aufladen mit der Ressource und dann wieder im Jetzt so tun, als hätte man das schon. Und damit nochmal weitergehen, also krass. Also ich habe heute echt viel gelernt und habe so im Geiste das mitgemacht zwischendurch und habe auch angefangen zu zittern zwischendurch. Und das ist bei mir ein gutes Zeichen, dass ich sehr ergriffen bin. Also mega geile Formate hast du da reingehauen und Timeline ins Universum werfen und was nicht alles ihr hier macht, also lebensverändernd. Was war das hier, war das jetzt der normale Master oder der Modeling Master? Das ist der normale Master. Normaler Master, ich habe gesagt, das wäre der Modeling Master. Aber so ein Scheiß, richtig geil. Was ich dich noch fragen wollte, ist, du hast das NLP heute um ein weiteres Format erweitert. Aha, okay. Die animalische Timeline. Stimmt. Also das musst du mit der Welt teilen. Das fand ich schon geil. Das stimmt. Also bei mir war das heute so. Ralf hat ein super geiles Timeline-Format gemacht. Und bei mir war so, ich hatte eine normale, klassische, naja, die war schon ein bisschen besser, die Timeline, als normal so. Er ist NLP-Trainer. Dann gab es diesen Effekt, dass wir diese Timeline genommen haben, ich sage mal, zusammengefaltet haben, besten Dank. Und dann haben wir sie hochgeworfen ins Universum. Dann ist ein bisschen Magie passiert. Sie kam wieder runter und auf einmal war meine Timeline lebendig. Und es war ein Tier am Ende. Welches es war, werde ich jetzt nicht verraten. Aber es war auf jeden Fall mega geil. Ich habe jetzt eine tierische, bewegliche Timeline. Yeah. Echt? Genau. Cool. Sehr geil. Mega. Es passt auch gut dazu, weil ich habe ja letztes Mal gefragt, magst du wieder nehmen? Was ihr euch vom Wochengruß wünscht? Und ein Wunsch war, die Co-Trainer mögen mehr Platz einnehmen im Wochengruß. Das, was du sehr gut gerade gemacht hast. Ich danke dir dafür. Gerne. Gerne. Genau. Ansonsten, was war letzte Woche? Dienstag kam mein Podcast über Verbindungen. Genau, das war es. Das war der Podcast über Verbindungen, weil damit habe ich verbunden den Podcast in der Woche davor mit Dagmar zum Thema Ziele und nächste Woche zum Thema Inkonkurrenz. Donnerstag fiel das gute Jablonski aus, weil wir einen Kollegen besucht haben, alle zusammen. Da kann ich nochmal extra drüber reden, abends. Und gestern war ein Newsletter. Das war auch echt spannend. Ich schreibe gerade den Newsletter-Serie über Sprache. Das war jetzt die zweite Folge. Und ich habe den Newsletter geschrieben, eigentlich nur darüber, wie Worte eingesetzt werden. Am Beispiel des Wortes Putin. Ja, das habe ich gelesen. Ich auch. Das brachte mir eine heftige Reaktion ein. Also ich habe nochmal neu verstanden, was eigentlich bedeutet, einen Anker zu nutzen. Das heißt, du schreibst über das Wort Putin und plötzlich kommt eine E-Mail, wo Leute sagen, ich hatte vermutet, deine Meinung zum Krieg ist so und so. Wo ich interessant finde, es steht kein Wort da drin, wie ich dieses Thema sehe, was auch daran liegt, dass ich mir da selbst ein bisschen ambivalent bin. Aber dass das Wort allen so eine Wirkung hat, ist beeindruckend. Es kommen noch drei weitere Newsletter zum Thema Sprache. Heute der Wochengruß. Dienstag der Podcast mit Dagmar zum Thema Ambivalenz, Inkonkurrenz. Und nächsten Donnerstag ist dann, glaube ich, Daniel wieder oder Dagmar mit? Das ist Studio Jablonski. Dagmar. Dagmar. Genau. 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 Sie macht dieses Klopfen und Verzeihen. In Bezug auf Geld, Geld und Erfolg. Diese hawaiianische Verzeihensmeldung. Im Studio Jablonski auf der World of NLP, der super, mega geilsten Plattform NLP im Internet. Eigentlich im Grunde der einzigen, die man kennen muss, oder? Was? Eigentlich im Grunde die einzige NLP-Plattform, die man kennen muss im Internet. Es gibt welch? Was? Es gibt doch nicht viel mehr, oder? Es gibt nicht viel mehr, genau. Definitiv, im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall. Aber es gibt noch ein Highlight. In dieser Woche hat Ralf mich interviewt für einen Podcast. Für den We Evolve World Podcast der International NLP Institutes, deren Präsident für Deutschland ich ja auch bin. Und Ralf hat das gewagt, mich zu interviewen. Das hat er so großartig gemacht. Und ich habe Dinge gesagt, die habe ich sonst, glaube ich, noch nirgendwo gesagt. Von daher, seid gespannt darauf, was da drin ist. Es ist aber jetzt echt voll gemeint, dass wir das nicht unter das Video verlinken können. Das heißt, wie kriegen die Leute den Podcast mit? Müssen sie quasi auf die World of NLP gehen? Das ist ein Teaser. Das kommt halt in den nächsten Tagen. Irgendwann kommt die Meldung, hier ist der Link und dann ist das. Ich denke, am Dienstag wird es wahrscheinlich erscheinen. Gut. Und ist dann in der World of NLP? Dienstag vielleicht noch nicht, aber... Aber grundsätzlich ist es auch ab Free, oder? Im We Evolve World Podcast Free, ja, genau. Okay, cool. Das heißt, ich nehme unter das Video noch den Link mit dazu auf die World of NLP? Ja, genau. Dass man sich da eintragen kann, weil wirklich, ich glaube, es sind da so viele Menschen. Das ist eigentlich wirklich die deutsche NLP-Community im Internet. Das sind jetzt 11.000. 11.000 Leute. Genau. Und wir sind nur vier davon. Ich glaube, ich bin zweimal drauf. Also, wir sind, glaube ich, fünf. Ich hatte noch einen Test-Account. Okay, das war dieser Wochengruß mit Stargust, Superman und Superwoman. Ich fand's herrlich. Wir machen das wieder. Nächste Woche erzähle ich dann auch, was die anderen Antworten machen auf die Frage, was ihr euch im Wochengruß wünscht. Wir sind jetzt bei 622 Abonnenten des Kanals. Vielleicht schaffen wir die Woche die 625, 630, 650. Ich würde so gern bis Ende des Jahres auf mindestens 1.000 kommen. Ich finde, alles darunter ist eigentlich... Vielleicht kann ich ein paar Fake-Accounts anlegen. Schön. Bis nächstes Mal. Ich mache aus, ja? Okay? Ah. Ah.